Hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich hab die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Ach, hier geht's raus. Ich bin schon wieder auf die Seize-Muffels. Wow, wie willst du das machen? Wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und nicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Oh, ja richtig, eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, kleine. Sei vorsichtig. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach, du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Schön, nicht? Hier geht's lang. Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Siehe es doch mal so, dass ihr könnt ihr sich richtig hüben. Sei still. Es ist genug von diesem Scheiß. Okay. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaub es nicht. Oh, Scheiße. Tess. Lauf. Lauf. Los. Los, komm. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Okay, ey. Auf mein Signal laufen. Signal. Laufen. Okay. Ja. Laufen. Laufen. Los, los. 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 Damn it. Damit hab ich nicht gerechnet. Okay, ey. Auf mein Signal laufen. Signal. Laufen. Laufen. Ja. Lauf. Laufen. 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 Ich sehe sie, ich sehe sie. 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 Ich sehe sie, ich sehe sie.